Hallo meine Kinder, wie geht's euch? Ich bin Frau Rande und heute lernen wir ein neues Thema. Lass uns gehen. Ok meine Kinder, wir machen das Kursbuch Hallo Anna 1 auf, Seite Nummer 40. Unser Thema heißt die Farben. Die Farben. Was bedeutet die Farben? Ja, die Farben, wie auf Englisch, Colors. Lektion 5 Rosa, Lila und Violet Ok, wer ist das? Ist das Pennu? Nein, wer ist das? Das ist Anna. Ok, Anna mag Farben. Anna mag Farben. In ihrem Zimmer ist alles bunt. Ok, wir hören jetzt einen Hörtext und dann wir nennen die Farben. Ok, bitte hör zu, sprech nach und zeig die Farben. Lektion 5 Rosa, Lila, Violet Anna mag Farben. In ihrem Zimmer ist alles bunt. Hör zu, sprich nach und zeig die Farben. Rot Orange Gelb Grün Blau Lila 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 Traun Traun Violet Rosa Rosa Trau Trau Schwarz Vajs Trau 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 Ok Welche Farben sind da? Bild 1 Welche Farbe ist das? Nummer 1 Das ist Rot Nummer 2 Nummer 2 Orang 3 Gelb 4 Grün 5 5 Blau 5 Blau 6 Lila 7 Blau 6 6 Blau Blau 6 Blau 6 Lila 7 Blau 7 Blau 8 6 Schwarz 12 Weiß Sehr gut, meine Kinder. Das sind die Farben. Unser Thema heißt die Farben. Die Farben. Die Farben. Die Farben wie auf Englisch. Colors. Welche Farben sind da? Welche Farben sind da? Gelb Blau Grün Rosa Orange Braun Weiß Schwarz Schwarz Lila Lila Grau Grau Noch einmal, meine Kinder. Rot Gelb Blau Grün Rosa Orange Brau Brau Weiß Weiß Schwarz Schwarz Lila Grau Grau Das sind die Farben. Ok, meine Kinder. Das ist eine Übung. Schreibt Ja oder Nein. Bild Nummer 1 Bild Nummer 1 Ist diese Farbe weiß? Ja oder Nein? Ja. Das ist weiß. Bild Nummer 2 3 Ist diese Farbe rot? Ja oder Nein? Nein. Das ist nicht rot. Das ist oran. Bild Nummer 3 3 Ist diese Farbe gelb? Ja oder Nein? Bravo, meine Kinder. Ja. Das ist gelb. Bild 4 Ist diese Farbe braun? Ja oder Nein? Nein. Das ist nicht braun. Das ist rot. Bild Nummer 5 Bild Nummer 5 Ist diese Farbe grün? Ja oder Nein? Bravo. Nein. Das ist nicht grün. Das ist blau. Bild 6 Ist das braun? Ja oder Nein? Sehr gut, meine Kinder. Ja. Das ist braun. Ok, meine Kinder. Das ist eine andere Übung. Ergänze. Wir ergänzen diese Lücken mit diesen Worten. Orange, rosa, gelb, weiß, braun und rot. Nummer 1 Die Tomaten sind? Wie sind die Tomaten, meine Kinder? Sind die Tomaten gelb? Nein. Sind die Tomaten grün? Nein. Wie sind die Tomaten, meine Kinder? Ja, sehr gut. Die Tomaten sind roh. Rot. Nummer 2 Nummer 2 Die Bananen sind? Die Bananen sind? Gelb. Nummer 3 Die Milch ist? Weiß. Nummer 4 Die Karotte ist? Orange. Orange. Die Schokolade ist? Brauen. 6 Das Erdbeereis ist? Rosa. 7 Die Limonade ist? Gelb. Gelb. 8 Der Orangensaft ist? Orange. 9 Die Ananas ist? Gelb. 10 Der Kakao ist? Brauen. Eine Aufmerksamkeit. Ich muss das denn. Das ist die Ananasftale. Die Ananasftale. Diese Ananasftale. Das ist die Ananasftale. Die Ananasftale, in der Nähefze, im Moment. Untertitelung des ZDF, 2020